so freunde herzlich willkommen zurück zu brei und ich bin jetzt halt eben also eben ganz weit zurück gelaufen von dem letzten ort wo ich das letzte mal verabschiedet habe ich bin jetzt einmal in dieses büro gegangen beim traumacenter von dr de fries und ja ich krieg gerade einen anruf den konnte ich gerade noch stoppen und er jetzt noch mal was davon anruf reinkommt da mal gespannt okay also hier in der hendrix de fries aber ich brauche hier noch mal keine ahnung da noch mal gucken vielleicht finde ich ja noch mal was gut buch jetzt nicht da war ja auch schon da haben wir ja auch schon alles abgesucht gut müll aber jetzt nicht daten haben wir davon auf jeden fall kommt da nichts mehr ok ok hier scheint nichts zu sein das ist matthias kohl das ist auch nichts drin ach das ist das hier warte mal ist hier noch irgendwas 331 programme was haben wir hier präparatur bedarf bitte kontaktieren sie einen techniker schnelle warte mal daten da ist auch nichts neues da ist nichts neues da ist nichts neues ähm ne was weiß noch mal mit diesen das war dieses das war dann wo habe ich denn jetzt habe ich doch schon mal was was abgehört aber Alex wollte ja das erinnere ich glaube ich nicht im audio haben wir ihren wort von der frie war ich habe einmal hier ok das haben wir jetzt angehört besuche dr kohls büro gut haben wir jetzt hier was neues nein ihm ist auch nicht ok was war das hat sie b a a c oder was ok war wohl richtig gemerkt ich suche den tresor welchen tresor denn das hier ich habe die protokolle durchgehört fachungsergebnisse gelesen versucht die lücken zu schließen wissen sie wie oft wir dieses gespräch schon hatten das ist das fünfte mal verläuft es immer gleich nicht immer was heißt das was meinen sie denn naja als mein therapeut sollte sie das beunruhigen sie haben eine nachricht für sich selbst hinterlassen möchten sie sie hören nein ich denke es würde helfen ich sagte nein das bin nicht ich wie kommen sie darauf keine ahnung ich weiß es einfach sie waren damit einverstanden es war ihre eigene idee von ihnen und alex ich war mit überhaupt nichts einverstanden diese morgen bin nicht ich ich würde nie wissen sie was in der psychotronik geschieht systemalarm reparaturbedarf bitte kontaktieren sie einen techniker das wissen sie was wissen sie über die typhon über die sollten wir nicht sprechen nicht ohne ihren bruder die sie wissen es also sie schlange wie können sie da so ruhig sitzen morgen atmen sie tief durch hier ich will keine pille ich will diese station schließen ich will die erde morgen ich sagte nein okay ich werde alex anrufen okay so ist aber das auch angehört und abgeflossen super vielleicht kann ich ihnen helfen äh nee moment nicht ähm gut war jetzt nicht ganz so einfach aber wenn wir dann doch noch drauf gekommen so äh macht da ja wir müssen immer noch auf den warten also bräuchte ich auch mit hier nicht äh finde ich ja in der lebenserhaltung aber äh alex ist bereit für ein treffen im arboretum gut hm dann gehen wir mal zum arboretum aber ich kann ja mal in mein büro gehen mal sehen ob da was neues ist ob da neue infos kommen äh da sind sie ja hallo michaela äh ne hat nichts neues ok und hast du was neues vielleicht ist die koralle eine art speicher für die energie die die typhon angesammelt haben mhm die koralle breitet sich auf andere teile der station aus die typhon werden sie bestimmt nicht unendlich weiter wachsen lassen sie muss einen zweck haben naja haben wir dann hier irgendwas neues ne ne das ist ein audiolog das hatten wir auch schon geht im moment nicht geht sowieso nicht nachrichten ja ja den koch den hatten wir so gut ähm haben wir irgendwelchen schrott ja ein bisschen haben wir so äh was habe ich denn im moment 127 äh äh dann haben wir es da auch 154 das mal sehen da haben wir 154 und 127 und sonst kuch 3104 alter und kuch 3 wird auch aus drei dingen gemacht äh hm brauche ich denn irgendetwas äh wir haben 6 neuromods kann man irgendwas machen das will ich nicht das will ich nicht hier unten ist techniker ist alles voll ok was haben wir denn hier können wir schneller laufen du ähm ähm gegner braucht länger um dich zu entdecken hm naja Entweder oder Schneller lauf, ah das ist so So, was wäre das hier? Gut, von mir aus Wir könnten einmal hier 9mm machen So und dann einmal Schrotpatron So und sonst Ach da haben wir noch über 700, das geht noch Eine Reparatur haben wir Da haben wir, das sind die Dinger, ok Ok Okay. Ich werde das mal aufhören mit. so 26 dann können wir erstmal hier davon einnehmen so haben wir da wieder 79 unten gut auch wieder genug platz um irgendwas zusammen gute frage das macht Spaß das macht Laune so das reicht aber jetzt erstmal was wird mir da angezeigt mehrere Ziele wieso werden mir mehrere Ziele angezeigt mehrere Ziele wir sind doch nur da oben ja ja aber Richtung da will ich gerne gut liebe leute ich fahre mit dem Aufzug nach oben zum Aboretum und wenn ich da ist ein Dings ein Weber aber ich oben angekommen bin beim Aboretum dann melde ich mich wieder also ja 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 ach du scheiße warte mal warte mal warte mal warte mal nein hier ja 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 wo du so denn da bist du okay gut Leute dann glaube ich da jetzt eben ohne kämpfen durch zum Fahrstuhl und ich oben bin beim Aboretum dann melde ich mich wieder also bis zur nächsten Folge bye 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 bye